Also schön, euch wieder zu treffen. Wir sind ja nicht ganz nah beieinander. Ja. Gute Stunde. Und da habe ich mich eigentlich schon die ganze Zeit gefragt, wie seid ihr auf uns gekommen? Wie sind wir auf euch gekommen? Im Endeffekt gute Empfehlung. Empfehlung von Papa von Ann-Kathrin, die ist meine Lebensgefährtin. Und ihr Papa war eben schon einmal bei euch, hat sich manche Sachen angeguckt. Und hat uns den Tipp gegeben, Mensch, schau doch mal dorthin. Da gibt es interessante Beratungen, gibt es interessantes Kocherlebnis. Und da haben wir gesagt, hört sich richtig spannend an, ist in der Region, super, machen wir. Termin ausgemacht, hat sofort geklappt, spitze. Und wie ich das erste Mal in die Werkstatt kam, fiel ich vom Glauben ab, dass man Massivholz derart zu einem wirklich künstlerischen Ensemble kreieren kann. Also ich war baff. Ich kannte das so aus der Holzwerkstoffbranche, wo ich tätig bin, bis dato nicht. Und das hat mich sofort begeistert.